Na, fühlen Sie sich auch frustriert, ausgebrannt, gefangen in der modernen Arbeitswelt mit 24-7, Erreichbarkeit, Wochenendschichten und Homeoffice? Wenn auch Ihre Work-Life-Balance eine Katastrophe ist, ich habe die Lösung für Sie. Befreien Sie sich jetzt vom Druck und Stress einer guten Work-Life-Balance und streichen Sie einfach das Live. Praktizieren Sie die Work-Work-Balance. Versuchen Sie nicht mehr krampfhaft, Freunde, Freizeit oder Familie in Ihren Tag zu integrieren. Dabei ist Konsequenz der erste Schritt zu totaler Ausgeglichenheit. Lernen Sie, Grenzen zu setzen. Öfter mal Nein zu sagen. Nein. Erleben Sie, wie man Arbeit und Privatleben wirklich trennt, so richtig trennt, um endlich wieder mehr Zeit zu haben. Eine gute Work-Work-Balance heißt, keinen Stress mehr von der Arbeit mit nach Hause zu bringen und keine privaten Probleme, die einen bei der Arbeit stören. Work-Work ist eben Win-Win. Und das Beste, Sie werden nie mehr schlecht schlafen, weil Sie nicht mehr schlafen. Halten Sie einfach die perfekte Balance zwischen Work auf der einen und Work auf der anderen Seite mit der Work-Work-Balance. Jetzt reicht's aber. So geht's nicht weiter. Es ist aus. Nee, 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 sorry. Ich kann gerade nicht. Ich bin bei der Arbeit. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von extra drei. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt. Das mit der Glocke. Halt. Das mit der Glocke. Vielen Dank.